Hey und herzlich willkommen! Wir sind wieder zurück aus Dänemark und ich muss mich an erster Stelle sofort entschuldigen, weil die Sommerpause nicht angekündigt war und ja, auch eigentlich nicht so geplant war. Also ich hatte, ich habe sehr viele Inhalte gehabt, die ich gerne mit euch teilen wollte, aber es dauert halt seine Zeit, das Ganze fertigzustellen und am Ende oder kurz bevor der Urlaub quasi angefangen hat, habe ich gemerkt, dass es nicht realistisch ist, das in der Qualität auch fertigzustellen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und deswegen die Sommerpause. Anstatt jetzt aber einfach loszulegen, dachte ich, erzähle ich euch heute nochmal ein bisschen was über unseren Urlaub in Dänemark und auch in Norwegen, den wir jetzt im Sommer hatten, den wir super genossen haben und jetzt auch noch in ein sommerliches Nordnorwegen zurückkommen. Hier oben ist nämlich bestes Wetter und allgemein spielt das Wetter ja dieses Jahr wieder verrückt. Im Süden Norwegen war sehr, sehr viel Regen. Ich glaube, es waren irgendwie 140, 150 Prozent dessen, was sie normalerweise haben, während wir hier im Norden nur 30 Prozent dessen haben. Und die Leute, die hier leben, die haben noch nie erlebt, dass der leer war und der ist jetzt schon mehrere Wochen quasi komplett leer. Ab und zu fließt nun mal leicht was runter, wenn ein bisschen Regen kommt, aber generell ist er einfach komplett trocken und das sieht man in der Natur auch an. Es ist lange nicht so ein intensives, frisches Grün, wie man es kennt oder saftiges Grün, wie ich gerne sage, sondern ja, es gibt irgendwie ja schon einige Ecken, die wirklich ziemlich vertrocknet aussehen und das ist sehr, sehr ungewöhnlich und hat uns auch mit dem Garten vor ziemliche Herausforderungen gestellt, aber dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen zum Freiburg-Podcast. Mein Name ist Franzi. In dem Podcast geht es um Skandinavien-Liebe, um Reisen mit und ohne Wohnwagen und ja, um das entspannte Leben auch im Norden. Und heute gucken wir mal auf unseren Urlaub in Dänemark, was da alles so besonders war, was ich echt genossen habe, was es vielleicht auch nicht so in Norwegen gibt und ja, es war echt eine richtig, richtig coole Zeit. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass Dänemark eines meiner absoluten Lieblingsländer ist. Nicht mal unbedingt, weil es so von der Natur so abwechslungsreich ist oder so. Also da kann Dänemark natürlich gar nicht mit Norwegen mithalten. Das ist einfach das komplette Gegenteil. Also wir sind quasi aus dem Land der Fjorde und Berge in das Land der Felder und Dünen und Strände gegangen. Also ein sehr, sehr flaches Land, wo es nicht so wirklich viel zu wandern gibt. Zumindest nicht das Wandern, was ja Norweger unter Wandern verstehen, sondern eher das Spazierengehen und ja, haben das aber trotzdem richtig genossen. Und ich mag das Land trotz dessen sehr auch aus, ja, so dieser kulturellen Sicht, dieser ganzen Entspanntheit der Leute da. Weiß nicht, es ist einfach immer ein ganz besonderes Gefühl, was sich einstellt, wenn wir nach Dänemark fahren. Und deswegen war gerade ich mit meiner Familie auch schon super, super oft da. Und wir kennen uns da in der Region eigentlich auch ganz gut aus, in der wir halt schon öfter waren, nämlich im Nordwesten Südlands, einfach weil es uns da bisher immer am besten gefallen hat. Das ist quasi die Nordwestküste des Festlandes, also in Richtung Nordsee. Das ist auch die rauere Seite hingegen zur Ostsee. Also das heißt, dort gibt es im Generellen eigentlich mehr Stürme, mehr Wind. Es ist einfach alles, ja, ich glaube, rau beschreibt es schon ganz gut. Und das haben wir auch diesen Sommer wieder erlebt. Also der Sommer war ja nicht nur im Süden Norwings sehr durchwachsen oder ist im Süden Norwings sehr durchwachsen, sondern auch in Dänemark. Also die Leute haben da nicht so einen richtig, richtig schönen Sommer. Und auch in der Zeit, bevor wir da waren und auch in der Zeit, nachdem wir jetzt da waren, ist es nicht wirklich beständig gewesen. Aber so habt ihr es ja in Deutschland, glaube ich, auch. Also was ich so mitbekommen habe, ist ja schon, dass es auch viel regnet und eher auch mal einige kältere Tage dabei sind und nicht so generell so warm ist, wie es jetzt vielleicht die letzten Jahre war. Die Dänen haben sich da auch ein kleines bisschen beschwert. Also ich erinnere mich an diese eine, also es gibt ja oft an den Stränden so eine kleine Strandbude, wo man irgendwie was zu essen kaufen kann und vielleicht noch Handtücher und so ein bisschen Spielzeug und solche Geschichten. Und der eine Däne, der war da total cool, der da war, der hat auch ein bisschen Deutsch gesprochen und hat sich über unsere große Urlaubsgruppe gefreut und hatte dann aber auch gesagt, wir kommen im dänischen Herbst, weil das Wetter doch eher ein bisschen untypisch ist und man nicht so viele Tage hatte, wo man jetzt so einen richtigen entspannten Strandtag machen konnte. Wenn Johnny und ich jetzt immer so alleine im Urlaub waren, dann waren wir eigentlich immer mit Zelt oder mit Wohnwagen, also eher in Richtung Camping. Wenn wir in Familie unterwegs sind und einen gemeinsamen Urlaub machen, dann ist es aber meistens ein Urlaub im Ferienhaus. Und auch in dem Sommer waren wir in einem Ferienhaus in Dänemark, beziehungsweise genauer gesagt in zwei Ferienhäusern. Und das hatte damit zu tun, dass wir in der ersten Woche sehr viel mehr Leute waren und in der zweiten Woche nur noch ein kleinerer Kreis waren. Das heißt, wir sind dann quasi in ein kleineres Ferienhaus umgezogen und sind einfach auch nochmal ein bisschen in eine andere Gegend gezogen, also ein bisschen weiter südlich. Allgemein, wenn ihr mich fragt, welche Regionen in Nordwest-Jütland gefallen mir am besten, das sind zum einen Saltum, Grönne und Löcken. Wobei die schönsten Strände mittlerweile, finde ich, bei Saltum und Grönne sind, weil bei Löcken stehen jetzt ganz viele solche kleinen weißen Hütten. Davon gab es früher nur einige, die man sich quasi mieten kann. Und dann kannst du dich da drin umziehen und auch aufhalten und dann halt davor an den Strand gehen. Das bedeutet aber auch, dass dadurch diese Strände irgendwie so ein bisschen entzerrt sind. Und ich weiß nicht so richtig, du kannst halt nicht dich jetzt oder du würdest dich jetzt nicht mit deinem Handtuch dann weiter vorne hinlegen und hinter dir sitzen die da in dem Haus und beobachten das. Ich weiß nicht, das macht das Ganze irgendwie gefühlt nicht so gemütlich, wie einfach diese elendbreiten Strände, wo die Autos in der Mitte langfahren dürfen, wo du dir einen Platz in den Dünen suchst oder ganz vorne am Wasser dort dein Auto hinstellst und sämtliches Zeug mitnehmen kannst. Und das ist im Übrigen auch das, was ich an Dänemark so liebe oder was ich so cool finde, gerade wenn man jetzt mit Kindern unterwegs ist oder auch einfach viel Equipment hat. Du kannst dort oben, also oder in einigen Regionen in Dänemark, wo es Autostrände gibt, kannst du auch mal recherchieren, wenn dich das interessiert. Da kannst du halt wirklich mit dem Auto an den Strand fahren. Du packst dein Auto komplett voll mit allem, was du möchtest und hast es dann vor Ort. Zusätzlich bietet das Auto aber auch Windschutz. Das heißt, wenn du dahinter sitzt und unten eventuell auch noch ein bisschen zuschaufelst, dann hast du ja hinter deinem Auto gar keinen Wind. Und das ist sehr, sehr gut, gerade an der Westküste, wo halt oft dann doch ein mäßiger, aber starker Wind weht. Wir hatten dadurch immer sämtliches Equipment dabei, sei es Volleyball, Fußball. Wir hatten auch ein Volleyballfeld, so ein Beachfeld mit dabei, Spikeball. Wir haben Bull mitgenommen, wir haben verschiedene Drachen mitgenommen für unterschiedliche Windsituationen. Wir haben Wikinger mitgenommen und haben dementsprechend auch die Tage eigentlich vor allem damit verbracht, irgendwelche Spiele zu spielen mit der ganzen Familie und viel gemeinsam zu erleben. Und es war wirklich intensiv und gleichzeitig auch eine richtig, richtig schöne Zeit, weil wir einfach viel Zeit miteinander verbracht haben und gar nichts so Spektakuläres gemacht haben. Also wir waren auch mal in irgendwelchen Parks oder so. Was in Nordwestschütland da sehr bekannt ist, ist der Fahrrubt oder Vorrubt, je nachdem, wie man es ausspricht. Das ist ein, wie sagt man, also da gibt es Achterbahnen und solche Sachen. Oh Gott, jetzt fehlt mir gerade das Wort. Quasi wie Heidepark, Säudeu und solche Geschichten. Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Also da gibt es einen Haufen verschiedenste Achterbahnen für Groß und Klein und es gibt auch noch einen Wasserpark. Und Wasserpark war für mich schon als Kind immer richtig das Highlight. Also da hast du unterschiedlichste Rutschen. Du hast Rutschen, wo du verschiedene Wege wählen kannst, wo du mit Reifen rutscht, wo du mit Doppelreifen rutscht, wo du zu dritt in irgendeinem Schlauchboot quasi runterrutscht und dich drehst und hast da nicht gesehen. Also richtig, richtig cool. Die Situation war aber so, dass es relativ frisch war. Also nur sehr wenige von uns, die dann da auch mit waren, sind letztendlich im Wasserpark auch baden gegangen, weil es sehr kalt war und das Wasser dadurch auch echt kalt war. Also schon ziemlich unangenehm. Ich habe es auch nicht so lange ausgehalten, wie ich es gerne ausgehalten hätte, weil wenn du anstehst an irgendwelchen Rutschen oder so, dann bist du ja schon klitschnass von einer anderen Rutsche. Und wenn es dann kalt ist und zieht, dann ist es ziemlich unangenehm. Hat aber auch dazu geführt, dass relativ wenig los war da. Also verhältnismäßig, weil es war ja Hochsaison. Und dadurch ging es im Aquapark. In dem Urlaub haben wir aber festgestellt, dass sich viel entwickelt hat in der Region. Also es viel, viel touristischer geworden ist, dass sehr viel dazu gebaut worden ist, was wir jetzt nicht immer unbedingt als positiv empfunden haben. Also zum Beispiel haben wir gemerkt, dass Löcken immer extrem voll war. Also das fand ich schon ganz schön überraschend. Aber ja, es wird halt immer bekannter und ich sage mal so, ich kenne auch Leute, die sagen, früher war es an der Ostsee, da war auch immer nichts los und jetzt liegen die Leute da wie die Sardinen am Strand. So ist es zum Glück in Dänemark noch nicht, also gerade im Nordwesten. Und das ist auch ein Grund, warum wir früher auch so weit da nördlich schon gefahren sind, weil wir weiter im Süden, da gibt es auch noch richtig schöne Strände, zum Beispiel bei Blovern. Aber da haben wir für uns gemerkt, dass es für uns schon zu deutsch ist. Also dass da fast ausschließlich deutsche Touristen waren und dass irgendwie schon so dieses dänische Flair ein bisschen verloren ging, wenn man das sagen darf. Ich will jetzt das überhaupt nicht schlechtreden, die Region. Das war auch wirklich schön, als wir da waren. Aber irgendwie, wisst ihr, wie ich meine, so das Bauchgefühl, das hat uns immer nicht so richtig dahin gezogen, obwohl es streckenmäßig viel angenehmer zu fahren ist, weil es ja doch noch mal einige Stunden weniger ist aus Ostdeutschland als bis ganz nach oben, wenn ich es jetzt aus deutscher Sicht sehe. Ich habe auch wieder festgestellt, in dem Dänemark-Urlaub, und das würde ich jedem empfehlen, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht ein Haus zu bauen oder ähnliches, dass man sich von den dänischen Ferienhäusern richtig viel abgucken kann. Weil ich finde, die sind sehr kompakt, also relativ klein, meistens gebaut, damit sie nicht so viel Quadratmeter Fläche einnehmen, weil die meisten halt wirklich nur einetagig sind, also bungalows sind. Und ja, irgendwie trotzdem praktisch. Also das beste Beispiel sind für mich immer die Schlafzimmer. Und das sieht man richtig oft, dass du im Schlafzimmer, das ist wirklich nur so breit, dass du ein normales, großes Bett drin hast, dass du unten an der Bettkante vorbeigehen kannst und jeder hat rechts und links einen Schrank und über dem Bett ist noch so ein Regal, dann vielleicht noch zwei Leselampen über dem Bett und damit ist das Zimmer quasi erledigt. Jeder hat seinen Klamattenschrank, jeder hat irgendwie Platz in der Nacht, ein Glas abzustellen und solche Geschichten, jeder hat eine Leselampe und ist super praktisch und ist nicht so eine extrem große Raumverschwendung, nenne ich es jetzt mal. Und das merke ich halt auch bei den dänischen Häusern, die legen sehr viel Fokus auf diesen Gemeinschaftsraum. Ist ja natürlich klar in einem Ferienhaus, aber ich finde auch ansonsten reicht es, weil die meisten Menschen gehen eh nur in ihr Schlafzimmer, um da zu schlafen. Und ja, Büro oder sowas hat man dann meistens eh nochmal extra. Das heißt, warum braucht man dann so große Räume nur, um da drin einmal im Bett zu liegen die Nacht und dann früh wieder da raus zu verschwinden. Und das zeigen mir die Häuser da immer, diese kleinen süßen Holzhäuschen, die irgendwie richtig, richtig praktisch gebaut sind. Was mir auch aufgefallen ist und das sogar negativ, das hätte ich gar nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen, sind die Preise in Dänemark. Man sagt ja immer, dass Norwegen eigentlich das teuerste Land ist oder mit der Schweiz Zusammenhalt, dass es wirklich die teuersten Länder sind. Ich fand es aber überraschend teuer in Dänemark. Und ich meine jetzt nicht nur essen gehen oder so. Klar, wir waren in der Hochsaison da, wir waren in der touristischen Region. Also das ist eh klar. Und essen gehen war in Dänemark schon immer teuer. Sondern ich meine auch die Lebensmittel im Supermarkt. Denn einige Produkte, also in Dänemark gibt es sehr viele Märkte, das sind auch Coop-Märkte. Das ist ein bisschen, glaube ich, wie Deutschland hier so mit Rewe, Edeka und solche Geschichten, die am Ende irgendwie alle das Gleiche sind. Genauso ist es da auch. Also hinter vielen Supermarktnamen versteckt sich Coop, auch wenn er gar nicht Coop heißt. Und daher sind es auch die gleichen Produkte, wenn man mal drauf guckt, die wir zum Teil in Norwegen halt kaufen oder auch in Schweden. Aber die Produkte waren teurer als bei uns hier. Also wenn ich zum Beispiel so auf passierte Tomaten geguckt habe oder auf irgendwie Kidneybohnen und sowas, da kann ich halt die Preise super gut vergleichen, weil das sind so Standardprodukte, die man ja regelmäßig kauft. Da waren die Preise höher. Also die Preise waren fast genauso wie hier oben. Nur der Unterschied ist, dass die Dänen einen 7,5er Kurs haben und wir jetzt mittlerweile einen 11er Kurs haben. Selbst mit einem 10er Kurs wäre es noch günstiger hier gewesen. Also ich fand Dänemark recht teuer. Und ich glaube nicht, dass wir in Dänemark von den Lebensmitteln her aus dem Supermarkt günstiger gekommen sind, als das, was wir in Norwegen bekommen. Es gibt aber eine Möglichkeit, womit man da noch richtig gut Geld sparen kann. Nämlich von den privaten Höfen zu kaufen. Kommt auch immer drauf an, ist klar. Also nicht alles ist da unbedingt günstiger. Was mir aufgefallen ist, waren zum Beispiel die Kartoffeln. Wobei ich auch glaube, dass die Qualität auch nochmal, ja, je nachdem, was man im Supermarkt bekommt, da gibt es auch richtig, richtig gute in Dänemark. Aber prinzipiell glaube ich, dass die Qualität von den Höfen einfach nochmal eine ganz andere ist und die besser schmecken. Darüber hinaus wollte ich sagen, ist Obst und Gemüse eigentlich bei den Höfen viel, viel günstiger gewesen. Also mal als Beispiel zu sagen, ihr kennt mit Sicherheit diese kleinen Zucchinis aus dem Supermarkt. Und die haben um die 13, 14 Kronen gekostet. Das heißt knapp 2 Euro. Dann haben wir aber auch Zucchinis von dem Hof gekauft. Und da haben wir so eine richtig großen Zucchinis bekommen. Also wie aus dem Garten, so kann ich sie halt, also dass wir sie schon ein bisschen größer ernten. Was wahrscheinlich zwei Zucchinis entspricht aus dem Supermarkt, fast zumindest. Und die haben dann 19 Kronen gekostet. Also mit sowas kommt man halt doch relativ viel günstiger. Und das habe ich auch bei dem anderen Gemüse und auch bei den Erdbeeren und so festgestellt, dass die Preise aus dem Supermarkt zum Teil, wenn die wirklich im Angebot waren und reduziert waren, dann waren das die, die man auf dem Hof, also die Preise, die man auf dem Hof gewohnt war. Das ist auch eine Sache, die mir hier in Nordnorwegen ein bisschen fehlt, muss ich sagen, dass man so im Sommer einfach von privaten Höfen oder halt von Höfen, die ihre eigenen Eier anbieten, ihr eigenes Gemüse anbieten, alles was quasi bei ihnen auch drüber bleibt, dass sie das verkaufen oder Honig verkaufen. Das ist absoluter Standard, finde ich, dort oben im Nordwesten, dass draußen einfach wie so kleine Boxen stehen oder kleine Regale, also je nachdem wie viele die Leute anbieten und du dann da die Produkte vor Ort kaufen kannst. Dafür sollte man immer ein bisschen Bargeld dabei haben, auch wenn die denen genauso wie die Norweger lieben gerne überall Karte nehmen, aber da ist es halt schwierig. Die denen haben aber auch mobile Pay, soweit ich weiß, können das aber auch nur die denen nutzen. Ich glaube, das ist wie in Norwegen mit VIPs, das ist quasi so ein Äquivalent zu Paypal, womit du das Geld dann einfach an die Nummer, die die da steht, senden kannst und das ist für die denen natürlich super praktisch, aber ansonsten geht es halt auch mit Bargeld. Wir haben die Zeit wirklich genossen. Dänemark ist echt ein schönes Land, gerade auch für Leute, die sich fürs Fahrradfahren, fürs Joggen, Laufen interessieren. Wir haben da so viele Leute aktiv unterwegs gesehen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man durch Dänemark echt mal so eine lange Fahrradtour machen kann mit Zelt und drum und dran, weil es auch so viele Übernachtungsplätze gibt. Also dafür gibt es auch eine Seite in Dänemark, die kann ich euch mal unten drunter verlinken. Da findet ihr sozusagen Plätze, wo ihr kostenlos mit eurem Zelt stehen könnt oder wo ihr sogenannte Shelter findet. Das sind oft aus Holz gebaute, sage ich mal, wie kleine Häuschen, die aber auf einer Seite nicht zu sind, wo ihr dann wie so einen Vorhang runterziehen könnt und das ist genau für so Leute gedacht, die Fernwanderung machen durch Dänemark oder die mit dem Fahrrad unterwegs sind, die dann gerade dann schlafen können mit ihrem Schlafsack und eben nicht ein gesamtes Zeltequipment mitschleppen müssen, was natürlich super praktisch ist. Also ich würde gerne noch viel mehr von Dänemark erkunden wollen, auch gerade die ganzen Inseln. Und Kopenhagen steht auch auf jeden Fall noch auf meiner Wunschliste, denn obwohl wir schon so oft in Dänemark waren, waren wir noch nicht in Kopenhagen. Wir sind einmal dran vorbeigefahren, aber da hat das Timing einfach nicht gepasst und wir hatten nicht die Zeit dafür, uns Kopenhagen anzuschauen und auch diesmal hat es für uns nicht gepasst, weil wir nicht über den Süden Dänemarks fahren wollten. Wir sind dann nämlich wieder zurückgefahren. Also Norddänemark bietet sich echt an von Norwegen aus, egal von wo man kommt, weil wenn man durch Norwegen fährt, muss man einfach nur im Süden zwischen Lavig und Hirsalz oder zwischen Christiansand und Hirsalz, zumindest sind das jetzt so, finde ich, die einfachsten Fährstrecken, die sie nehmen. Die Fähre ist ungefähr dreieinhalb Stunden gefahren. Genau, aber die Tour war richtig schön durch Norwegen. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit in Norwegen verbracht, weil wir ja schon über zwei Wochen in Dänemark waren. Wir haben die Fähren nicht ganz so gebucht, wie es optimal gewesen wäre, sondern immer ein paar Tage eher, ein paar Tage später, was einfach auf den Preis zurückzuführen war. Wir haben relativ spät gebucht, weil wir ja dann auch erst unser Auto und so weiter bekommen haben und dadurch hätten wir am Wochenende einfach den mehr als dreifachen Preis gezahlt und das war es uns nicht. Wer hat da irgendwie über 400 Euro nur für eine Ferienüberfahrt auszugeben? Wir sind ja hoch und runter zu, dann durch Norwegen, aber komplett gefahren. Also wir sind jetzt nicht über Schweden gefahren. Über Schweden ist es halt oft der kürzere Weg zeitmäßig. Deswegen zeigt Google einem das auch meistens an, dass man nicht über Norwegen fährt. Und hinzu haben wir auch noch weiter nördlich einen kleineren Umweg gemacht, wo wir auch über Salströmen gefahren sind. Und das war richtig, richtig schön. Und Rückzug, ich gucke jetzt gerade mal nach. Wir sind nämlich nicht die Standard Autobahn gefahren. Genau, wir sind rück zu die 41 hochgefahren. Also von Christensen direkt die 41 hochgefahren. Und das war auch super toll. Also es hat mir so gut gefallen, dann auch durch die Telemark zu fahren. Da bei den zwei großen Seen, die da sind. Einmal, genau, wir sind am Nissa lang gefahren. Ich habe hier gerade die Karte bei mir offen. Und die Strecke war wirklich toll. Und wir haben eh wieder festgestellt, wir sind dann noch in Jutunheim vorbeigefahren oder durchgefahren. Haben auch das ein oder andere Mal angehalten. Ja, und wir haben echt wieder festgestellt, Norwegen hat so viele spannende Strecken. Wir sind jetzt wieder komplett anders gefahren, als wir es jemals gefahren sind. Und das war auch richtig, richtig toll. Also bis jetzt hatte ich, um ehrlich zu sein, noch keine Strecke, wo ich sage, boah, die will ich überhaupt nicht lang fahren. Und deswegen fällt es mir so schwer, wenn Leute fragen, ja, welche Strecke fahre ich denn am besten durch Norwegen nach oben? Ich meine, klar, man könnte die ganze Zeit nur E-Straße fahren. Und dann wäre man absolut safe, zum Beispiel mit Wohnwagen, dass man überhaupt keine Funitäten kommt. Aber es gibt daneben auch noch richtig gut gepflegte andere Straßen, die so viel Natur auch noch bieten. Und ich will auf jeden Fall nicht, dass wir jedes Mal die gleiche Strecke fahren. Und Johnny ist da auch überhaupt nicht der Typ für. Deswegen freue ich mich jedes Mal drauf, dann zu überlegen, oh, wo fahren wir dieses Mal lang? Und wir haben natürlich auch einiges an Geld gespart, weil wenn man die E-Straßen vollkommen durchfährt, dann ist es schon ganz schön teuer. Ja, und hinzu haben wir gerade, glaube ich, um Oslo, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ziemlich viel gezahlt. Und es war vor allem auch super Stress. Also da sind wir das Stück E-Straße gefahren. Das war so voll um Oslo und die ganzen Orte da drumherum. Das war echt nicht schön. Also das war schlimmer, als wir aus Ostdeutschland gewohnt sind und war irgendwie sehr, sehr ermüdend. Ja, wir sind jetzt wieder zurück. Ich würde als Fazit aus diesem Urlaub auch noch sagen wollen, dass es für uns echt ein teurer Urlaub war. Weil wir ja, also jetzt mal nicht nur wegen der Fahrtstrecke, also dadurch, dass wir gerade so ein spritsparendes Auto haben, haben wir da richtig, richtig gespart. Wenn ich das im Vergleich zu vorher sehe. Sondern eher in Bezug auf das Ferienhausleben und die Aktivitäten, die wir gemacht haben und die Intensivität und die Menge, die wir auswärts gegessen haben. Und da haben wir auch beide im Nachhinein wieder festgestellt. Es gibt so viele Leute, die sagen, ah, ich kann nicht so viel reisen, weil ich habe nicht so viel Budget und wir haben nicht so viel Geld dafür. Und ich merke aber immer wieder, wie unterschiedlich man reisen kann und wie wenig Geld man auch beim Reisen ausgeben kann. Also wenn wir campen sind oder mit dem Wohnwagen unterwegs waren, da haben wir viel weniger ausgegeben, als wir jetzt in zwei Wochen ausgegeben haben. Wenn ich das im Schnitt sehe. Also das ist wirklich ein Weltenunterschied. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns in unseren anderen Urlauben extrem eingeschränkt haben. Es ist nun mal so, wenn wir in Länder fahren, wo wir sehr viel frei in der Natur machen, was einem nichts kostet. Und ja, viele kostenlose Dinge sozusagen erleben. Dann ist das am Ende so, dass das ein sehr geringer Kostenpunkt ist. Als wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, wo ich ständig in ein Museum gehe und dann gehe ich noch in einen Freizeitpark und dann gehe ich noch in irgendein krasses Schwimmbad und dies und das. Das brauchen wir eigentlich meistens nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es uns überhaupt nicht gefallen hat oder so oder uns extrem ärgert. Nee, wir haben das echt genossen. Aber wir haben festgestellt, es gibt deutlich günstigere Art und Weisen Urlaub zu machen. Und das vielleicht noch so für euch als Tipp und Fazit zu unserem Dänemark-Urlaub. Und jetzt freue ich mich auf all das, was noch kommt. Wir sind in Norwegen. Wir haben ganz, ganz viel oder ich habe ganz, ganz viel auf petto, was ich euch gerne zeigen möchte. Wir waren nämlich auch, bevor wir in Urlaub gefahren sind, noch auf Andenes, beziehungsweise auf Andöja. Ja, das war so schön. Da war ich auch schon einmal vorher und war jetzt froh, wieder da zu sein. Es war traumhaftes Wetter und das will ich euch unbedingt zeigen, wie es da war. Also dazu wird es auch ein YouTube-Video geben und noch zu vielen anderen Themen. Auch zum Thema Reiseplanung natürlich. Und es sind einige Fragen von euch noch gekommen, die ich Stück für Stück hoffe oder die ich Stück für Stück einbringen werde. Manche Themen oder mit manchen Themen kenne ich mich selbst nicht so gut aus. Manches hat sie ja auch bezogen auf das Thema Auswandern. Also das werde ich separat sicherlich auch nochmal thematisieren. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich mit dem Thema selbst gut auskennt, der selbst ausgewandert ist und vielleicht Bock hätte, da mitzuwirken. Ja, dann meldet euch gerne. Ich freue mich von euch zu hören. Ich wünsche euch noch einen richtig, richtig schönen Tag und ganz liebe Grüße hier oben aus dem Norden.